Hey und Willkommen zu einer weiteren Runde Minekraft Mörder zusammen mit der Spelle. Hallo. Hey. Alter, hier ist ein Bücherregal. Hallo. Oh ja, halt's fest. Nichts da? Halt's für Varro fest. Oh ja. Ja, wir werden jetzt... Varro? Varro? Was? Was? Warum? Achso, für die... Ah, dann haben wir wieder Bücher wie in Varro. Da hatten wir echt richtig viel Glück. Ja, fallen sich schon gar nicht mehr. Was? Doch, als wir direkt in der ersten Folge so viele Bücher gefunden hatten. Oh, oh, der rennt da hinten hin. Was war das? Das war klasse. Oh. Hi. Na, bitte nicht. Nein, die ist schon... Vor allem der erste ist schon gestorben. Achso, ja, der kann ja auch einfach in die Lava gebogen sein. Na, aber beide? Da, da, nimm's. Ja, ich hab'n Bogen. Ich hab'n Bogen. Alter. Ja, wo bist du? Äh, hinter dir. So, jetzt renn mal in die Leute rein und provoziere die. Ja, okay, okay, mach' ich, mach' ich. Das ist das... Digga, was los? Was los, Flash? Was los? Hä? Hä? Nee, der, der ist es nicht. Flash ist es nicht. Der ist es einfach nicht immer der. Also, ich glaub'n, nee, 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 nee. Da, die... Alex. Ja, ja, Alex könnte es sein. Hier könnte einer jetzt richtig reinbölzen, nee. Kann es sein, dass die echt alle an der... An der Falle? Lava gestorben sind. Warte, wir könnten mal... Ja, die müssen doch irgendwo auch alle liegen. Ja, eben. Da wird die noch nicht gesehen. Ja, warte, dann los zur Falle. Da ist der mit dem Bogen, okay. Äh, wo ist die? Ach, da. Ja, okay. Ja. Aber das dumme ist, da sieht man ja, da sieht man ja niemanden. Weil die ja durchfallen. Warte, hier hinten ist der Flash. Bist du es etwa? Nein. Oh. Menjel, bist du tot? Ich glaub', ich weiß, wer es ist. Mann. Ich werd' dich rächen, Menjel. Vor allem, wie spielt der denn? Ja, Menjel. Wie hat der denn gespielt? Ja, steht der denn da so neben meiner Leiche? Und versteht überhaupt nicht, was der gerade getan hat? Oh. Oh, ja, warte. Wo ist der Typ? Der Typ ist da hinten. Detektiv has already been killed. Ja, ja, das is already dead. Warte, ist das da? Nein. Nein, er hat's aufgehoben. Oh Gott. Ähm. Oh, nein. Ich hab' ein bisschen. Irgendeiner von denen ist es doch. Ne. Hier ist es scheinbar keiner. Mann, geh auf, mir mein Gold zu klauen. Ich geh' mal nach oben. Zu dem Mörder. Oh, bist du? Hui. Ja, ja, hier oben ist wer tot. Hier oben ist wer tot. Ich glaube, es ist jemand mit nem schwarzen Kopf und so nem türkisen Körper. Nein, nein. Nein, erinnert er ja. Lauf, Menjel. Lauf. Ich hatte recht, er ist es. Hilfe, Hilfe. Tötet ihn. Lauf. Er ist direkt hinter dir. Ist er wahrscheinlich nicht mehr, ne? Ist er nicht? Du Lügner. Ne, er war eben direkt hinter dir. Genau. Hallo? Nein. War der, warum? Ja, der war die ganze Zeit hinter dir. Ich wollte jetzt auch nicht ghosten oder so. Dann hat er einmal kurz abgelassen, um jemanden anders wegschauen. Ja, ja, ja. Und dann hab ich mich sicher gefühlt. Ja. Oh, wir haben gewonnen. Wir sind Götter. Hast du grad ne Hose an, Menjel? Ja. Sehr ehrlich. Eine kurze. Oh, ich hab auch ne kurze Hose an. Ja, geil, ne? Ja, meine ist sogar rot. Was die Leute ja nicht wissen, ist, dass du mein Fashion-Mode-Berater bist. Ja, 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 ja. Hä, was antwortest du denn jetzt so sarkastisch? Wieso? Nein, nein, nein. Ich bin... Ja, du hast dir... Hast du jetzt kurze Hosen gekauft? Ne. Weil mir dann ja eingefallen ist, oh, ich hab ja fünf oder so. Ach, jetzt hast du doch fünf. Ja. Ja. Ja, ich bin so... Ich muss sagen, ich bin so... Nicht der kurze Hosen. Weiß ich nicht. Also, ich trage lieber lange als kurze Hosen. Was? Ja. Eigentlich schon. Also, es sei denn, man hat Sporthosen. Ja, hab ich. Also, ich hab so... So coole, dünne, sportige Sporthosen, ne? Alter. Ja, ich hab auch grad ne Sporthose an. Ach, ja. Von Klagigas. Äh. Bin hier? Bist du es vielleicht? Was bin ich? Ach so, ich bin... Okay. What? Was? Ich hab gar nicht drauf geachtet, was ich bin. Hä? Was sind denn... Oh, oh. Oh! Äh... Was? Ah, es ist, äh... Es ist Rick. Rick! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Rick! Nein, warum? Rick, murder! Der Rick ist der Muder. Lauf! Oh, ne Shovel. Was kriegt mir das? Das kann ich doch nicht nehmen. Oh, hier ist ja so ne Eishöhle. Ah! Okay, okay, ich hab... Äh, wo ist er denn? Ich glaub, er fährt mit dem komischen Dingeling. Ja? Okay, ich seh dich, bin hinter dir. Looks like teaming YouTubers to me. Hä? Hä? Wir haben einfach gesagt... Wenn wir beide innocent sind... Also, ich bin... Oh, Moment mal. Wer sagt denn, dass du überhaupt... Menjöl? Ja. Hey. Menjöl, nein! Ja? Okay. Ich dachte, du wärst... Ja, ich hab... Also, ich bin mir sehr sicher, der hätte auch diesen, ähm, Stab. Also, er hätte einen anderen Skin für seine Waffe. Wie viel Gold hast du? Drei. Oh, ja, dann lass mich das Gold... Oh, ich hab sieben. Vier Gold. Nee, ich brauch doch auch was. Ne? Ja, aber... Wo ist der denn? Ich weiß es nicht. Eben hab ich ihn hier oben gesehen. Fünf Gold. Das wird jetzt in ihn reinlaufen. Das wird dumm. Ach, Gold hab ich. Ja, ich hab auch... Der Mörderer hatte zwei Kills und schreibt Bad Game danach in den Chat. Ja, soll er sich nicht wundern. Ja. Rick, was ist los bei dir? Ja, ich hab schon zwei Gold. So, wenn du es bist, ne? Dann lass uns erstmal diskutieren, bitte. Okay. Okay? Ja. Oh, ich seh ihn. Es ist Alex... Alex. Ja, was? Du, du hast ihn gemacht? Ich bin einfach eine absolute Maschine. Du bist... Der Indy, er schreibt schon wieder. Er schreibt schon wieder Bad Game. Wer? Hier, dieser Rick. Oder ist das nicht? Ja, Rick, was ist denn Rick für ein Miesepeter? Indy. Yo, es ist echt Rick. Mann. Ich bin gestorben Bad Game. Ich hab nicht den Mörder getötet, Bad Game. Ja, vor allen Dingen ist Rick gerade die ganze Zeit nur im Kreis gelaufen mit so einem anderen Skin. Also, der ist mit so einer Freundin von ihm. Jetzt gerade oder was? Ja, ja. Ich hab die gesehen. Ich bin da vorbeigelaufen zweimal und die liefen dann nur im Kreis. Ah, er malt sich selber mit Bad Game oder was? Hoffentlich. Ansonsten macht das wenig Sinn, was er da schreibt. Ich glaube, der hat einfach zu viel gelübt. Nein, Alex, Alex, Alex. Alex, Hilfe. 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 Oh, oh, oh. Oh nein. Lauf, Kölnjöl. Ich hab ein Steinschwert vor allem gesehen. Hab ich hier das eingebildet? Äh. Ich weiß es nicht. Oh Gott. Oh Gott. Schon wieder. Warum ist sie denn zweimal Mörder? Rick steht hier schon wieder. Oh, hallo. Hallo. Ich hab ein Gold. Stopp, 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 stopp. Guck mir hier, was Rick wieder macht. Rick. Hä? Was ist los mit dir? Hä? Da kommt Alex, Lauf, Radio, Lauf. Wo denn? Hinter uns. Achso, du hast mich. Mann. John, let's play murderer. Ja, genau. Brauchen noch sieben Gold. Also gut sie das. Okay, das war nur ein Steve. Alles easy. Nee, 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 da ist sie. Hä? Du, du hast es überlebt? Ja! Ist sie tot? Das war doch sie, oder nicht? Nee, ich weiß, wer es war. Mörder Q10. Nee, nee. Ich weiß, nee, es war ein Steve Skin. Und der ist gerade runtergefallen. Ah, Steve, okay. Hä, das war, ich hab mich gerade Alex mit Steve verwechselt? Scheibenbar. Oh, der wollte, der gerade versucht dich. Was? Hä? Man kann die Kakteen wegsprengen und bekommt Gold. Oh. Wusste ich nicht. Das ist ja richtig cool. Nee, Neil, zeig dein Schwert. Guck, guck mich mal an. Ja? Ja, ich seh dich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Was war das eine? Eine Karte. Hier. Das war doch ein Schwert. Oh nein. Bis wenn die T... Scheiße! Ja, was? Du, nein. Jetzt hat wer anders deinen Bogen. Mann, Alter, da kam auf einmal ein Pferd. Wie lucky, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Ach, komm. Hä, warum macht der denn wieder nichts? Was ist denn los bei ihm? Ich wette, ich wette, es ist wieder Rick. Falls es den gibt. Ist er noch da? Nee, der ist weg. Rick ist gegangen. Och, Mann. Nein, nicht Rick. Ja, aber Rick. Ah. Der da. Der mit der Sonnenbrille? Du? Oh nein. Nein. Hilfe. Lauf! Hilfe. Warum? Och, Mann. Du hast nicht den Detective Bo, oder? Nee, hab ich nicht. Ja, du scheiß Opfer. Keine Ahnung, warum ich das gemacht habe. Ich weiß es nicht. Aha. Da drin. Ja, da drin. Oh Gott. Guck mal, ich hab'n Bogen. Na? Oh nein. Nein, Pekka! You die! Nein! Alter, hast du das kaltes bekommen? Was hat mich gerade der Detective umgebracht? Ja, der Detective! Nein! Nein! Du bist... Alter... Oh Gott, wie viel Pech kann man denn haben? Vor allem der Detective Bo, bist du in 0,2 Enos getötet? Nein, lauf! Nein, das wäre... Der ist fett getötet? Yoshi! Und er läuft nicht weiter. Er bleibt einfach stehen. Nee, nee, Yoshi hing im Boden. Ach so. Alter, wie krass. Also, das sah so geil aus von außen. Weil es halt... Du hast daneben geschossen. Ja. Bist losgelaufen. In der Sekunde kommt der nächste Pfeil, trifft dich und du fällst einfach um. Ja! Loll! Und sie hat's gemacht. Sie ist einfach die absolute Killermaschine. Sie ist... Ja, sie ist mehr Killermaschine als irgendwie 90% der Leute. Also... Oh, du meinst dich selber? Ja, ich auch. Aber du warst ja eine Killermaschine, ne? Ja, ja, ich hab jemanden gekillt. Nur den Falschen irgendwie. Also, das war... Ja, aber ich war ja auch der Falsche. Ja. Also, jetzt in deinen Augen vielleicht nicht, aber... Nee, also, hätte ich dich umgebracht, wärst du der Richtige gewesen. Ach so. Weil du hast es verdient. Also, du bist schon mal kein Mörder. Doch. Nee. Aber woher weißt du, dass ich kein Mörder bin, hä? Ach, keine Ahnung. Du bist einfach... Hä? Na? Na? ...am Reinrennen. Du bist so ein richtiger Gierlappen, wenn du Mörder bist. Puh, das stimmt doch gar nicht. Nee. Ich bin immer die 10. Du fettiger Schmierfinger. Was? Der redet mir hinterher mit dem Headset. Headset redet mir hinterher Hilfe. Hinter dir bin ich, töte mich. Was? Oh nein, da ist ein Blocktyp. I'm not murder. Oh, da hat er einen Bogen bei dir. Oh. Oh Gott. Da. Detective Bo. Ja. Nein. Hä? Hä? Der hat eine Wand gemacht. Warum macht der das? Ja, ja, man kann sich so ein Shield holen. Oh nein, der hat auch einen Bogen. Äh. Hä? Nee, hier ist es keiner. Hä? Ist gerade jemand gestorben. Nee, aber vielleicht der Weiße. Der eine räumt. Ich glaube, das ist der... Oh, hier ist jemand. Oh, da ist jemand gestorben. Ich weiß, wer es ist. Oh ja, ich sehe es, ich sehe es. Hier kommt zu mir, Türkis und... Ja, schnapp ihn dir. Nein! Scheiß Opfer. Lauf, lauf, lauf. Oh nein, du auch. Scheiß Opfer. Warte, lenkt du ihn ab. Ich hol den Bogen, okay? Okay. Ich lauf einfach rein. Ja, ja, warte, warte, lass mich. Jetzt hol dir den Bogen, hol dir den Bogen. Schnapp ihn dir. Hä? Was? Ich hab doch getroffen. Rückzug. Ich renne rein, renne rein. Ich renne rein. Ah. Nein. 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 Nein, ich hab so spät... Ach, Mann. Was ist denn los mit uns? Wir sind so schlechte Minekraft geworden. Ich hab mich extra geopfert. Ja, für nix. Aber wird Alex es jetzt schaffen? Man weiß es nicht. Ja, ja, doch. Man weiß es nicht. Oh, warte mal, wo ist er? Oh nein, nein, er kam von... Wow. Ich frag mich, wo er ist, und er kommt auf einmal überraschend von hinten. Oh ja. Wie viele sind es da? Oh, zwei. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nicer try. 40 Sekunden noch. Oh oh. Teletubbies. 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 Sagen. Hallo. Oh. Stinky Winky. Dipsy. Lala. Klo. Auf Toilette. Was? Der war doch schon in dir. Was, Alter. Sie ist einfach eine Göttin. Ich möchte sie heiraten. Oh ja. Oh, da bin ich. Einer schreibt Hacks. Nee, Junge, du warst einfach zu langsam. War er, das? Warte. Freddy, war das der Mörder? Yo. Das war der Mörder. Mörder war der... Sie war halt einfach besser. Junge, du hast sieben Jahre gebraucht, um deinen Schmerz zu zücken und nicht zugeschlagen. Selber schuld, ne? Selber schuld. Ja, ist wirklich selber schuld. Können abverlaufen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich vertraue dir, weil du bist mein allerbestester Freund. Du würdest mich... Digger. Nein. Digger, was soll denn das? Digger. Oh nein, der hat mich hier verdrückt. Ich steh doch hier nur. Ja, Hilfe. Ich steh doch hier nur. Ich krieg's doch nicht. Hör auf. Tu's nicht, Menjel. Der da hinten ist es. Ja, ja. Ich töte ihn, ja? Ja. Da. Triff ich. Ich mein so, warte, nicht töten. Ich mein so MLG-Shorts. Hier, wenn ich Mörder wäre, hätte ich schon jetzt die Möglichkeit gehabt, ich bin easy going back direct. Ich muss sie verteidigen, Sir. Ja, mach. Ich bin wie der Obama. Äh, der da, der da. Ui. Oh nein. Nein, Mr. Präsident. Nein. Mr. Präsident, tun Sie das nicht. Jemand ist gestorben. Jemand ist da hinten, glaube ich. Mr. Präsident. Hören Sie doch auf. Mr. Präsident. Der da ist es. Der da. Mr. Präsident. Oh, ich hab ihn nicht. Können Sie bitte aufhören, in meinen Schuss reinzulaufen? Nein. Da. Da, da. Was? Nein, der, der blaue. Oh ja, ich seh ihn, ich seh ihn. Oh nein, 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 nein. Warte, warte. Renn rein, boxe ihn. Stöge ihn kaputt. Okay. Mach ihn. Nein. Du hast fast mich geimpft. Schade. Ich seh ihn. Ich seh ihn. Jetzt mach ihn. Was? Er ist nicht weitergelaufen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lauf rein, opfer dich, opfer dich. Okay, okay, okay. Ich bin direkt hinter ihm. Er läuft hier im Gewusel. Es ist in der Mitte. Ich treffe aber nicht. Was ist denn los bei... Ich... Hallo? Hä? Was passiert? Jemand anders hat ihn getötet. Och Mann. Jugo, was... Also, dein Bogen-Aim hast du schon... Hat ein bisschen nachgelassen. Ja, total. Och, ich bin so ein Versager. Ich finde, ich... Nein, du bist kein Versager. Unsere Lauf ist ein Versager. Nein. So, Leute, das war's mit Minekraftmörder. Bewertet den Part. Schaut in die Beschreibung. Da ist der Spaluden. Hallo. Tschüss. Ich mach noch ein bisschen Training. Eins, zwei, drei, 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 drei und sechziger Bizeps. Ah. Ah. Ah.